Wo ist die Meidungsfreiheit, die Deutschland so hoch anreißt, wenn es um den Osten geht? Wo ist die Meidungsfreiheit von der Riederritte? Alle anderen Demos anerlaubt, aber jetzt muss es zum Osten kommen, wenn es jeder stillt. Das ist Unrecht und wir alle sehen es. In einer Zeit, wo Recht Unrecht ist, müssen wir alle aufstehen.